Firmware hat uns bei unserem strategischen Ziel der Nachhaltigkeit deutlich unterstützt, indem wir heute über 90% Strom bei unseren Endgeräten einsparen und ist damit für uns unverzichtbarer Teil unserer Unternehmensstrategie. Mein Name ist Ingo Nikolai, ich bin zuständig für den DAV Summit Club. Das ist die professionelle Bergsteiger-Schule des Deutschen Alpenvereins. Auf der anderen Seite machen wir Bergreisen zu den Bergen der Welt, also egal ob Inselwandern in Europa, Dreckingen, Nepal, dann sind wir ihr Spezialist. Die Anforderungen für uns als Unternehmen haben sich in den letzten 10 Jahren dramatisch geändert. In der Zwischenzeit buchen 98% unserer Kunden online und da ist natürlich für uns ein zuverlässiges System im Hintergrund überlebensnotwendig. Der Übergang in die Cloud war bei uns verhältnismäßig einfach. Wir sind von einer Uraltumgebung, zehn Jahre alter Stand, einfach in die Cloud katapultiert worden. Vmware hilft uns hier über die Serverkonsolidierung einfach sowohl leistungsfähiger, performanter als auch ressourcenschonender umzugehen und insofern war für uns Vmware einfach eine optimale Lösung, weil wir damit viele eigene alte Server in einem Rechenzentrum mit ineffektiver Kühlung einfach modernisieren konnten und damit über 90% Energie bei den Endgeräten wie bei den Servern in der Zwischenzeit sparen. Vmware ist Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie und gleichzeitig unseres Risikomanagements. Die Sicherheit ist für uns ganz, ganz entscheidend, denn stellen Sie sich vor, wir hätten einen Ausfall in einer Krisensituation mit einem Unfall und wir kämen nicht mehr an die Information. Insofern ist Verfügbarkeit für uns ein elementar wichtiges System, denn die Bergunfälle in den Bergen warten nicht auf Büroöffnungszeiten. Und hier hat uns Vmware einfach geholfen, genau das zu garantieren, dass wir im Falle eines Unfalls sofort Adressen von Angehörigen, Notfallnummern, das ganze Krisenmanagement bei uns einfach in Gang bringen können. Die Cloud ist für uns heute überlebensnotwendig. Selbst als kleines, mittelständisches Unternehmen haben wir Anforderungen wie ein großes Unternehmen, die wir ohne die Cloud nur mit viel, viel höherem Aufwand und viel, viel höheren Kosten abdecken könnten. Deswegen für uns ist der Weg in die Cloud die richtige Entscheidung, den wir konsequent weitergehen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017